ARD Text im Auftrag von Funk Hey, Schatz! Sag mal, was soll das, Konstantin? Ey, ich war mitten in der Tiefschlafphase. Ja, das ist super. Ganz ehrlich, Sven. Lasst mich einfach und tschüss kommen. Macht euer Ding. Tschau, auf Wiedersehen. Regelt euren Scheiß einfach. Ja, leider auch. Ich muss das wissen. Das geht um Theo, da geht es auch um gemeinsame Geschäfte, die ich mit ihm gemacht habe. Das kostet nicht meinen Job. Was? Bist du pünktlich? Ja. Sehr gut, ja? Hast du wieder was für mich? Muss ich wieder irgendeinen Job erledigen oder so? Ja, schon ein Job. Richtiger denn je, ja. Ich verstehe nicht, was meinst du denn? Was für ein Job? Das geht um meinen Cousin. Der nervt mich die ganze Zeit. Er braucht Geld und er weiß, dass er bei mir so ein bisschen nicht so ganz koscher ist. Der Kartell weiß auch nichts, davon braucht er auch nichts zu wissen. Aber er weiß, dass er von mir Jobs bekommen kann und schnell Geld machen kann. Und genau darum nervt er mich die ganze Zeit. Und ich habe ihn letztens mit ihm getroffen, habe ihn so geprüft quasi, ob er dafür geeignet wäre. Ein bisschen körperlich geprüft. Und ja, jetzt soll er noch eine letzte Prüfung runterziehen. Hä? Was für eine Prüfung dann? Was versteht man mit einer Prüfung? Was ist das? Ja, da kommst du ins Spiel halt. Die letzte Prüfung. Ich? Du, genau. Aha. Er soll halt, ja, gegen dich ankommen halt. Zeigen, mit was für Leuten wir halt hier zu tun haben. Das ist halt ein Paradebeispiel. Und erstmal sollst du halt Armdrücken mit ihm machen. Armdrücken? Armdrücken, genau. Ja, da soll er gegen dich gewinnen. Da habe ich ja Angst, mein Cousin in seinen Arm zu brechen. Jetzt behalte ich ein bisschen los in den Arm, okay? Ist das mein kurzes Denken, aber trotzdem ist es ernst, okay? Ja, Entschuldigung. Mach gegen Armdrücken, halt dich nicht zurück. Völlig egal, was passiert. Zeig ihm, wie es bei uns läuft. Und sollte das bestehen oder auch nicht, machen wir noch, dass er an dir vorbeikommen muss. Also zeigen, was er so drauf hat. Dann bin ich mal gespannt, was der kleine Mann alles so kann, ne? Ja. Schauen wir mal. Ja. Also, der ist hier vorne gleich ums Eck. Gehen wir hin. Und dann ist es gut. Mach das jetzt. Ja. Also, ja. Ich weiß ja, wie heitel das ganze Thema ist. Und ich möchte deinen Job ja keineswegs gefährden. Nur, du musst es dir auch mal so vorstellen, für mich ist es wirklich vehement wichtig. Ich möchte wissen, was ist da los? Gibt es da einen Ermittlungsstand? Kannst du irgendwas sagen? Wir wissen da noch gar nichts genaues. Es ist eine vage Vermutung. Vage. Ja gut, das hört man immer wieder, aber du weißt doch da was. Ich weiß doch, was für ein Profi du bist, wie gut du deinen Job machst. Das kannst du mir jetzt auch ruhig schon mal sagen. Ja. Mir tut das wirklich leid. Der Verlust deines Freundes tut mir wirklich leid. Sehr. Na ja. Soll ich dir mal sagen, was mir leid tut? Ganz ehrlich? Die letzten Monate, die letzten Jahre taten mir leid. Das möchte ich dir mal wirklich sagen. Bei jedem Anwalt schreiben kamen mir teilweise die Tränen. Es kommen auch Erinnerungen hoch. Ich habe dich sogar vermisst. Ich habe mich teilweise gehasst, wenn ich in die Spiele geschaut habe. Du hast mir gefehlt. Und ist das nicht ein witziger Zufall? Ausgerechnet jetzt begegnen wir uns. Theo tot, ich rempele deine Kollegin an oder Freundin oder was auch immer. Und wir begegnen uns. Ja, das ist schon komisch nach allem, was gewesen ist. Es ist nicht komisch. Doch, es ist wahnsinnig komisch. Du bist doch gar nicht abgeneigt. Du wolltest mich doch sogar treffen. Entschuldige mal, du hast mich angerufen. Ja, warum wohl? Weil du mir gefehlt hast. Ach klar. Natürlich. Das muss ich mal so sagen. Ich glaube, du brauchst ein bisschen frische Luft. Ja, aber erst mal, ne? Na, auf unser Wiedersehen. Dann. David? Oh, Pablo! Na? Alles gut? Hallo, kleiner Mann. Das ist Carlo. Äh, Entschuldigung. Hallo, Arbe. Hallo. Komm, setzen wir uns mal her. Was ist los? Guckst du ein bisschen... Ha? Alles verkehrt bei dir? Ich hätte gedacht, du kommst alleine deswegen. Alleine? 100. Ah, naja. Es ging dann jetzt zur Prüfung. Habe ich ja gesagt, dass da noch was ansteht, ne? Ja. Und ja, da habe ich Hilfe gebraucht von meinem Kollegen Carlo hier. Carlo? Der gespannt ist. Ja, freut sich schon auf die Aufgabe. Welche Aufgabe? Na ja. Erstmal musst du ihn im Armdrücken besiegen. Armdrücken? Armdrücken, ja. Guck mich an, guck mal ihn an. Was für Armdrücken, Pablo, ich bitte dich. Und? Ich habe dir gesagt, mit was du mit Leuten zu tun hast. Oder? Mhm. Ja? Also, bist du bereit? Äh, ja, ja, ja. Ja? Bist du ganz sicher? Ja, sicher. Ja? Und was, wenn dir dabei vielleicht der Arm bricht? Oder sonstige Verletzungen? Passiert. Passiert, ne? Passiert. Gut. Da bin ich mal gespannt. Also. Bescheid, St. Konstantin? 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 Schatz. Konstantin? Konstantin! Schatz? Konstantin? Ja, meine Engel? Ja, hörst du mich? Ja, wo bist du? Sag mal, was ist los? Ich wache auf und du bist weg. Ich habe mich richtig erschreckt. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich mache dich bitte, ich zieh dir was Schickes an und wir treffen uns in 30 Minuten. Eine Überraschung? Schatz, was hast du für mich? Was ist es? Sag mal was. Das kann ich dir nicht verraten. Ich brauche aber ein bisschen. Gib mir eine Stunde. Nein, nein, nein. Ich bin mir sicher. Du schaffst das, mein Engel. Bis gleich. Okay. Tschau, bis gleich. Ein gebrochener Arm. Wechsel auch schnell wieder zusammen, kleiner Mann. Keine Sorge. Auf der Quatschen wirk los. Hände zusammen. Carlo, bist du bereit? Ja. Los. David, drückst du schon? Ja. Ja. Jetzt drück. Warte mal. Drück, David. David. Alles okay? Ja. Alles gut. Komm hoch. Alles gut. Ja, alles wissens. Und, was sagst du? Ja, Papa, warum bringst du mir denn auch so ein Muskelprox, so ein Monster hierher? Ja, was hab ich dir denn gesagt? Was hab ich dir gesagt, mit was ein Typ nur dich einlegen muss? Ja, du hast recht, tut mir leid. Ja? Aber guck ihn doch mal, guck mal nicht an. Guck mal, wir haben schon Alko. Ja, und? Du bist halt ein kleiner Junge. Ja, du bist halt ein kleiner Junge. Du musst mit so großen Leuten klarkommen. Jetzt bin ich noch hier. Was ist, wenn du dich mit so einem Typen anlegen musst, wenn ich nicht dabei bin? In nem Job? Der macht mich locker. Der hört nicht auf. Okay, Pablo, tut mir leid. Zweite Chance, bitte. Willst du trotzdem noch ne Chance haben? Ja, bitte. Hast du gerade hier rumgeheult, jetzt wirst du noch ne Chance? Ich hab nicht rumgeheult. Doch, hast du. Pablo, bitte, letzte Chance. Ja, Pablo. Ja. Bitte. Eine letzte Chance. Eine letzte Chance. Hast du was verstanden? Ja. Ich schick dir noch nen Standort. Nach der Arbeit kommst du da hin. Sei pünktlich. Ja. So, Schatz. Wo ist die Überraschung? Hi, Mann, Engel. Kann ich ja. Jetzt zeig mir schon. Komm. Ich will wissen, wo. Freust du dich? Ja. Ich war. Schatzi. Was hast du, was wirst du für mich? Ja. Was ist das? Schatz, sag mir. Fahr mir mit ner Kutsche oder was? Ist dir kalt? Ein bisschen. Ich hab... Vorhin war es so warm, als ich im Café gesessen hab. Als Gentleman. Zumachen. Alles klar. Dann aufgehst. Aber ich verlass mich auf dich, ja? Ja, absolut. Ich fürst mich. Mach dir keine Sorgen. Es ist nicht mehr weit. Okay. Oh Gott. Dein Ernst? Schatz, was ist los? Machst du schlafen oder was? Ich kann nicht mehr. Wie du kannst nicht mehr? Du hast so einen großen Türen gespuckt, dass du voll die Kondition hast. Schatz, wir sind hier dreimal jetzt durch den Stadtpark hin und her und hin und her gelaufen, ey. Wir sind eine halbe Runde gelaufen, ich will mal nicht. Komm, wir laufen jetzt weiter. Dein Ernst? Ja, ich muss ja zugeben, ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich verlange nicht laufen und der Döner schmeckt vielleicht ein bisschen zu gut. Ja, genau das wollte ich hören. Dass der Döner gut schmeckt? Nein, dass du zugibst, dass dir das Joggen zu anstrengend ist. Ja, man muss es ja jetzt nicht vertreiben, ne? Aber ja, es war schon sehr anstrengend. Dann lass uns aber jetzt noch ein bisschen weiter laufen, ja? Eine bessere Idee. Ja. Hm, wie wärs, wenn wir uns anders sportlich betätigen? Hm, das hättest du jetzt wohl gerne, ne? Ja. Kannste knicken. Warum? Erstmal gehen wir noch ein bisschen laufen. Wir sind doch jetzt... Wir sind jetzt so weit gelaufen, jetzt können wir doch zum bisschen... Typisch. Mann. Was denn? Komm. Nein. Sonst sagst du auch nicht, ne? Jetzt erstmal nicht. Okay. Okay, dann machen wir es so. Wir laufen da vorne noch bis zu diesem Kiosk und gönnen uns ein Eis. Wir wollen Kilos... Ein Eis. Kilos verbrinnen. Ich will Eis essen. Und jetzt willst du ein Eis essen? Ja, hallo, ein bisschen Abkühlung. Bisschen... Wir... Mir ist auch echt mega warm. Dann war das ganze Joggen umsonst. Wegen einem Eis. Ich will doch keinen ganzen Eisladen essen. Ich will doch nur ein Eis. Ah... Komm schon. Ein Eis. Ein Eis. Ein Eis. Aber danach laufen wir noch ein bisschen weiter. Ja, und wer als Letzter da ist, muss bezahlen. Du, 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 du... Schatz, ist es noch weit? Es ist nicht mehr weit, mein Engel. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, das kannst du auch. Pass auf, Schatz. Oh, du weißt doch mein Rücken noch. Vorsichtig. Oh, ja. Okay, mein Engel. Sind wir da? Okay. Darf ich aufmachen? Warte, warte, warte. Okay, bist du bereit? Ja. Bist du wirklich bereit? Ja, Schatz, ich bin bereit. Okay, okay, dann los. Nee, oder? Ja. Das ist meiner? Das ist meiner? Das ist mega, oder? Geil! Oh, Schatz! Oh, ich muss da Fotos machen. Ich muss der Ingrid Fotos schicken. Absolut. Der Ingrid müssen Fotos geschickt werden. Oh, ich sag's dir. Oh, ich muss auch mal ein Selfie machen mit mir. Oh, geil, Schatz! Das ist meiner, ja? Ja. Und jetzt pass auf, was hältst du davon, wenn wir jetzt eine kleine Spritztour machen? Geil! Super, Schatz! Hier, die Schlüssel. Ups. Da ist was runtergefahren. Ich darf fahren? Du darfst fahren. Untertitelung … Unsere Ehe ist gescheitert. Fünf Jahre haben wir es versucht, es hat keinen Sinn. Ich möchte einfach nur noch, wir treffen uns, wir machen den Papierkram und dann gehen wir getrennte Wege.